Hallo, fantastisch ist Du, Susanna Mittermeier hier mit einer Einladung darüber, was kannst Du für Veränderungen in der Welt facilitieren. Facilitieren bedeutet, etwas zu vereinfachen, leichter zu machen und Du hast sicher schon gemerkt, dass Veränderungen in dieser Welt alles andere als einfach ist und oft sehr kompliziert gemacht wird und dass da auch ein gewisser Stolz darin ist, Dinge kompliziert zu machen. So, die Frage ist, was braucht unsere Zukunft wirklich? Wofür ist es jetzt Zeit und was weißt Du? Ich lade Dich ein zu einem Tag mit der pragmatischen Psychologie zu einem Spezialkurs Pragmatischer Praktiker, wo Du herausfinden kannst, was Du darüber weißt, Veränderungen zu facilitieren, Veränderungen zu kreieren für Dich selbst, für Dein Leben, und vor allem auch für die Menschen, mit denen Du arbeitest, für Deine Klienten, Kunden, Schüler, wer auch immer das ist, wie auch immer Du als Praktiker arbeitest, welche Tools gibt es da, diese Arbeit als Praktiker, als Coach, als Facilitator zu vereinfachen, anders zu gestalten? Die Tools, die wir verwenden, sind sehr pragmatisch und es geht darum, das zu tun, was funktioniert. Und es ist ein ganz anderes Paradigma und ich habe das damals in meiner Arbeit als Psychologin in der Psychiatrie begonnen zu verändern. Ich habe damals mit Psychotherapie gearbeitet und neuropsychologischen Tests und allen möglichen psychologischen Arbeiten und habe diese Tools integriert. Und nicht nur ging es mir damit viel besser, ich habe viel mehr Energie gehabt und habe mich einfach viel besser gefühlt am Ende des Tages und am Wochenende. Ich habe noch ein Leben haben können, was vorher eben nicht möglich war, weil ich so müde war und irrsinnig viel mitgeschleppt habe. Die Perspektive hat sich da vollkommen verändert. Ich habe einfach irrsinnig viel Energie für mich und die Veränderungsarbeit mit den Klienten und Patienten wurde und ist vollkommen anders. Und es ist eine unglaublich tolle Ermächtigungsarbeit, weil wir wollen Menschen in dieser Welt haben, die Leader sind, Anführer und nicht einfach Folger. Und dazu ist diese Arbeit geschaffen, dass wir uns selbst und andere Menschen ermächtigen, zu wissen, was wir wissen und was sie wissen. Und dazu lade ich dich ein, ganz tolle neue Perspektiven, neue Tools, um anders mit Klienten umzugehen. Und wenn du dir ein bisschen einen Vorgeschmack holen möchtest, gibt es dazu das Buch Pragmatische Psychologie und es gibt auch einige Videos schon auf YouTube unter Susanna Mittermeier und unter Pragmatic Psychology. Es gibt auch Webseiten mit den gleichen Namen. Und ja, schau mal, dieser eine Tag ist ein Ausnahmemoment. Ich habe jetzt keine anderen geplant. Der findet schon nächste Woche statt, also ganz bald. Und du kannst live dabei sein, im Allgäu oder online. Also, viel Spaß mit deinen Kreationen in der Welt und würde mich freuen, wenn du dabei bist. Tschüss! 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 Schau, tschüss!